Hallo Prime Family, willkommen auf Malta. Hallihallo. In dem Video wollen wir mal über Preise sprechen, über Lebenshaltungskosten. Wenn du auf Malta lebst, wir machen mal ein paar Stichpunkte, gehen zusammen einkaufen, essen und wir sagen, erzähl noch ein bisschen über Transport, Beförderung und was uns spontan noch so einfällt, was man unbedingt wissen muss. Wenn du vorhast, hier auf Malta zu wohnen, um dir ein Bild zu machen, wie teuer das eigentlich wird. Und wenn dir das Video gefällt, dann lass uns ein Like da. Ja, vielen Dank. Klickt den Like-Button, hilft uns ungemein, dass YouTube die Videos auch ein bisschen pusht. Und ich würde sagen, wir starten los mit dem Video. Und ich würde sagen, wir starten los mit dem Video und gehen erstmal ordentlich einkaufen und gucken mal so, was typische Sachen hier in den Supermärkten auf Malta eigentlich kosten. Starten wir los mit dem Teil einkaufen. Und du kannst erwarten, dass du überall, wo du auf Malta bist, vielleicht eine Straße weiter, einen kleinen Laden hast, der vielleicht 24 Stunden auffahrt. Aber große Überraschung, wer günstig einkaufen will, der muss ein bisschen rausfahren, wo die großen Läden sind. Und das ist hier gerade der Lidl-Markt. Und wer noch ein bisschen größere Auswahl haben möchte und quasi alles an einem Ort haben will. Also geht es so um Lebensmittel, um Geschirr oder sonst Haushalts, einfach Haushaltsbedarf. Der fährt in eine Mall. Und die Mall heißt Parma Shopping Center und befindet sich in Mosta. Ist sehr empfehlenswert. Und das Parma Shopping Center ist unsere erste Wahl, wenn wir wirklich spezielle Sachen suchen oder irgendwas wie Elektrobesen oder vielleicht irgendwelche Gläser, Geschirr, alles solche Dinge. Aber jetzt geht es erstmal in Lidl und da gucken wir uns ein paar Preise an. Und dann kannst du dir einen Eindruck machen, wie teuer es ist, hier in Malta unterwegs zu sein. So, hier haben wir zum Beispiel Butter Croissant aus 49 Cent. Und wenn es doch ein ganzes Brot sein soll, 1,19 Euro. Oder hier für so ein Baguette 99 Cent, Mini Baguette 39 Cent. Sind wir angekommen bei den Früchten und was ich mir typischerweise immer hole, sind natürlich Äpfel. So ein 2-Kilo-Sack, 2,99 Euro. Oder eben einzeln abgepackt oder kleiner abgepackt, 1,99 Euro für so ein Viererpack. Hier unten haben wir die Weintrauben. 500 Gramm, 2,75 Euro aktuell, offenbar das Angebot, 2,99 Euro daneben. Und Avocados hier, wer sowas mag, 1,99 Euro für drei Stück. Von der anderen Qualität 1,49 Euro für den Avocado. Hier stehen wir also bei den Kartoffeln, haben wir auch wieder verschiedene Qualitäten. 2,99 Euro für 2 Kilo, 1,79 Euro für 1 Kilo. Ich gehe hier mal von Abteilung zu Abteilung für ein paar typische Sachen, so wie es gerade hier ins Auge springt. Angekommen beim Fleisch in der Kühlung. Geschnittenes Hühnchenfilet, Kilo, nein 2 Kilo, 4,39 Euro. Und 3,99 Euro für Hühnchenbrust, schon ziemlich vergriffen heute. Hier sind wir beim Rindfleisch, 9,99 Euro pro Kilo. Also schreibt auch ruhig mal in die Kommentare, wenn ihr was entdeckt, was wirklich sehr teuer ist im Vergleich zu Deutschland im Supermarkt oder vielleicht sehr günstig. Und da sind wir schon mal im Aufschnitt. Also das sind hier die Lidl Eigenmarken für 3,19 Euro für 250 Gramm, 3,69 Euro für 250 Gramm. Preislich alle sehr ähnlich. Ja, Nina packt gerade die Milch ein und die kostet 75 Cent den Liter, beziehungsweise 85 Cent den Liter für Vollmilch. Vegane Milch gibt es natürlich auch, 1,19 Euro. Wir sind hier beim Kaffee, um mal wirklich ein paar unterschiedliche Sachen zu bringen. Und die haben hier andere Größen. 250 Gramm, ich glaube in Deutschland sind typisch 500 Gramm Packungen. 2,29 Euro für so eine Lidl Eigenmarke. Ich würde sagen, ein, zwei Lebensmittel machen wir noch, bevor wir uns noch Getränke angucken. 1,19 Euro für so ein Kilo packen Nudeln, genauso die andere Ausführung. Hier steht der Reis für 1,89 Euro das Kilo und 1,79 Euro für den Kartoffelbrei, der schon vorbereitet ist. Hier sind wir angekommen bei den Getränken. Start mit den Weinen. Die meisten bewegen sich bei knapp über 3 Euro hier im Preis. Und Lidl hat ja viele günstige Weine. Ich habe aber den Eindruck, dass die in Deutschland die günstigen ein bisschen noch preislich drunter liegen. Da müssen wir natürlich auch Bier erwähnen. Eine deutsche Marke habe ich jetzt gar nicht gefunden, außer die Lidl Eigenmarken. Aber hier von den Markenbieren haben wir hier 1,29 Euro für eine Flasche oder 3,19 Euro für drei Flaschen Corona. Das Wasser nehmen wir zum Kochen aus dem Hahn. Aber für alles andere wie Tee und Kaffee nehmen wir es aus der Flasche. Und das ist hier 42 Cent für eine 2 Liter Flasche. Und es gibt hier noch ein günstigeres. Das kostet 33 Cent. Es schmeckt mir aber nicht. Deswegen ist das hier das Wasser unserer Wahl. Und zu guter Letzt an Getränken nochmal die Coca-Cola. 1,5 Liter Flasche für 1,45 Euro. Und das ist der gleiche Preis wie für die Fanta und die Sprite. Wir machen unseren Besuch hier ab mit einer Zahncreme. Eine Colgate, wie ich sagen, so die Standardzahncreme, kostet 1,69 Euro. In der Tube. Und dann haben wir Markenshampoo von Pantene. In der 360 Milliliter Flasche für 2,90 Euro. Hier haben wir den Fensterreiniger für 1,49 Euro. Die Flasche. Und hier vorne mal Waschmittel. Welches nehme ich jetzt, das wirklich irgendwie aussagekräftig ist? Also Lenore hast du für einen Liter bei 1,99 Euro. Und die Eigenmarke für 2,69 Euro in der 4-Liter-Packung. Zum letzten Produkt hier, das ich noch angucken möchte. Die Sorte, die wir kaufen, die dreilagige, sehe ich hier gerade nicht. Aber zweilagig, 20 Rollen, 4,89 Euro für so eine 20er-Packung. Und was macht Janine am Schnäppchensuchen? Er erwischt mich immer, wenn ich nach Sachen gucke, wo wir gar nicht brauchen. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Der lokale Supermarkt, in dem wir auch ganz häufig waren, den haben wir gar nicht erwähnt. Welbys. Ja genau, Welbys. Also das ist hier die maltesische, die typischste maltesische Kette der Welbys. Der ist hier in jeder Stadt. Der hat viele Markenprodukte. Und ist aber ein bisschen teurer als Regel, oder? Es ist zwar ein bisschen teurer, aber es lohnt sich, wenn man eine längere Zeit auf Malte ist, es lohnt sich, eine Kundenkarte zu machen. Weil man sammelt dann Punkte und bei gewisser Punktenanzahl kriegt man dann Rabatt. Also sie fragen sich dann nach Cashback. Damit locken sie dich regelmäßig wieder in den Laden rein. Aber unterm Strich ist es immer noch teurer als Lidl. Ja, das stimmt. Kommen wir zum nächsten Punkt, Essen gehen. Und da machen wir mal zwei Kategorien, würde ich sagen. Und das ist jetzt einmal Fast Food. Gesund und ungesund. Genau, das ist hier ein Dönerladen, wo wir gerade sind. Da nimmt sich ja Nina gerade noch was mit. Und am Wochenend gehen wir noch in Restaurant essen. Und dann zeigen wir auch mal die Karte, dass ihr auch so einen Vergleich habt, was die zwei Kategorien hier so zu Buche schlagen. Na gut, ungesund kann man ja nicht sagen. Nein, also man kann ja auch Salate nehmen. Man hat sehr große Auswahl. Also los geht's. Wir sind jetzt drin, die kleine Alisa. Janina läuft hier gleich zu ihrem Lieblingsort, dem Fisch-Aquarium. Das guckt sie sich an, bis wir fertig sind. Und die Janina sucht gerade aus, was sie haben möchte. Die Portion kostet 11 Euro. Und die ist sehr, sehr viel. Also zuerst packen die hier vier Salate ihrer Wahl in so eine große Box. Und dann gibt es noch eine zweite große Box mit den Lamm- oder Hühnchenfleisch und Pommes. Und wie gesagt, für 11 Euro, das ist normalerweise eine Portion. Die kriegt sie nicht alleine alle. Es sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ich habe schon angefangen. Aber es ist köstlicher, als es aussieht. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Ich halte meine Hand daneben. Also echt eine große Portion. Ich habe eine große Hand. Mein Fleisch hat Janina diesmal die Pommes weggelassen. Normalerweise wäre noch ein bisschen mehr drin. Alice hat auch schon eine Portion. Und ist auch schon am Zugreifen, wie man sieht. Ach genau, und ein Fladenbrot gibt es auch noch dabei. Also schreibt dabei die Portion vom Döner für 11 Euro. Wie findet ihr die? Und den nächsten Clip machen wir, wenn wir dann im Restaurant essen gehen. Und heute sind wir mal wieder im Restaurant essen. Nicht irgendeins, sondern eins mit Kinderspielplatz, wo man sieht, dass die Alice gerade beschäftigt. Bestellt haben wir schon. Und damit du mal die Preise hier im Restaurant siehst. Ist übrigens ein sehr schönes und sehr, sehr voll, wie du gerade siehst. Also wirklich sehr gut besetzt. Ein Chicken Burger kostet 10,95 Euro. Classic Burger 10,95 Euro. Eine Chicken Pizza, die ich mir bestellt habe, kostet 10,95 Euro. Wenn wir hier hinterher noch einen Kaffee bestellen, ist er mit 1,75 Euro auf der Karte. Und Janina hat Hähnchen und Kartoffeln bestellt. Und zwar gegrillte Hähnchenbrust für 15,95 Euro. Das ist mal eine Übersicht über die Preise hier im Lusso-Restaurant. Essen ist gerade serviert. Meine Pizza steht vor mir. Sehr, sehr lecker. Und für Alice habe ich ein paar Nudeln bestellt. Und das ist das sehr köstliche Hähnchenbrust für Janina. Und die Preise hier sind durchaus typisch. Wahrscheinlich in den meisten Restaurants eher vielleicht nochmal 1, 2 Euro weniger. Weil es hier einfach zu einem Hotel gehört, das Restaurant. Ich habe mir sagen lassen, dass es ein bisschen weiter von den touristischen Gebieten nochmal deutlich günstigere Restaurants gibt, wo Einheimische hingehen. Ansonsten ist das aber relativ typisch hier für die Insel Malta. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Transport auf Malta. Und da fangen wir mal an mit den Benzinpreisen. Und die sind hier wirklich immer zu konstant. Man kennt das ja, dass hier in deutschen Tankstellen rauf und runter schwanken. Aber in den letzten Monaten war es immer so, wie es jetzt hier ist. Und das ist Diesel bei günstigen 1,1,20 und Normalbenzin 1,34. Ich weiß nicht, ob das irgendwo festgelegt oder so ist. Aber hier gibt es echt keine Schwankungen. Jedes Mal, wenn ich getankt habe, habe ich genau das bezahlt. Also zum Busfahren ist es sehr praktisch. Sie fahren sehr regelmäßig und befördern sich wirklich in jeder Ecke von Malta. Und zu den Transportkosten. Es kostet gerade mal 1,50 Euro. Und da kann man so lange fahren, wie man möchte. Für dieses Jahr ist es noch so, dass sie neu einführen, dass die Buskosten dann für die Senioren umsonst sind. Und ab nächstes Jahr wird es dann für alle sein, die auf Malta gemeldet sind. Genau, gratis Busfahren für alle. Und für alles andere gibt es hier viele so Fahrdienste wie Uber, was man aus Deutschland kennt. Bolt heißen die, heißt die Firma hier. Ist auch relativ günstig, günstiger als Taxi. So für 5, 6 Euro kommt man hier eigentlich zwischen den großen Städten schon mal locker hin und her. Und sind sehr zuverlässig, kommen relativ schnell an. Also man muss nicht lange warten. Haben echt gute Erfahrungen damit gemacht. Darüber hinaus willst du dann vielleicht dir ein Auto kaufen. Und da setzen hier wirklich auf Hybriden. Hybriden und Elektroautos zahlen 8 Euro Steuern im Jahr, wenn ich das gerade so richtig im Kopf habe. Sehr, sehr wenig. Alles, was einen Riesenmotor hat, wird dann irgendwann teuer. Parken ist kostenlos auf der ganzen Insel. Es gibt keine Parkuhren hier. Die einzige Herausforderung ist, einen freien Parkplatz zu finden. Aber wenn du den hast, dann parkst du auf jeden Fall umsonst. Kommen wir auch einmal auf das Thema Immobilien und Wohnen auf Malta. Das muss dann schließlich auch, wenn du hier leben willst, du musst irgendwo wohnen, in einer Wohnung. Und hier sind wir über Valletta, die Hauptstadt von Malta. Die historische Hauptstadt und die ist damit auch schon mal am teuersten. Hier ist alles sehr dicht bebaut. Hier ist alles sehr historisch, sehr eng. Daneben ist Liema ein etwas modernerer Stadtteil, wo super viele Restaurants und Geschäfte sind. Viel Shoppingmöglichkeiten. Auch sehr begehrt, sehr teuer. Und daneben ist San Julienz, das Ausgangsviertel, das Partyviertel, auch sehr touristisch, auch sehr teuer. Und du siehst hier auf der Luftaufnahme alles sehr, sehr dicht bebaut. Das heißt, das ist eher der teure Teil in Malta. Und etwas weiter hier haben wir so die Villengegend ungefähr. Und wenn ich jetzt rauszoome, alles was du daneben siehst, da wird es dann deutlich günstiger. Das heißt, hier um Valletta alles ziemlich teuer. Hier haben wir noch, ich glaube, die größte Stadt Mosta. Und daneben siehst du, wie das Straßennetz deutlich, deutlich dünner wird. Also egal, ob du an dem Ende der Insel bist oder an dem anderen Ende der Insel oder hier auf der anderen Seite. Grundsätzlich an allen Himmelsrichtungen, wo es weniger bebaut wird, wird das Wohnen auch günstiger, um dir mal eine Orientierung zu geben. Und dann haben wir noch die Nachbarinsel Gozo. Da ist das Wohnen generell überall auf der Insel sehr, sehr günstig. Ist allerdings auch ein bisschen schwerer erreichbar. Es gibt keine Brücke oder sowas. Man muss die Fähre nehmen, um da hinzukommen. Und was das für Preise sind, gucke ich mal an auf der Seite propertymarket.com. Hier ist zum Beispiel eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern auf Gozo. Und die kostet 500 Euro im Monat. Also das ist hier schon eher günstig. Und du siehst, der Standard ist aber ziemlich gut. Also kleines Wohnzimmer mit offener Küche, relativ moderne Möbel. Das Bad sieht auch relativ modern aus. Waschmaschine drin. Auf Malta ist grundsätzlich komplett formöbliert, bis hin zu dem Besteck in der Küche. Alles ausgestattet. 500 Euro für die Wohnung. Für 1000 Euro mietest du schon locker ein Haus auf Gozo. Wer am Budget am günstigsten bleiben will, der sollte am besten auf Facebook Marketplace gucken. Da gibt es auch Vermieter, die direkt vermieten, ohne Makler dazwischen. Und das Geld dann teilweise wahrnehmen. Das habe ich auch gehört. Also da kann man dann auch auf der Hauptinsel Malta für 500 Euro eine Wohnung finden. Drei-Zimmer-Wohnung gibt es hier auf Malta so zwischen 800 und preisaufwärts 1.500. Je nachdem, ob man am Rand wohnen möchte oder eben um Valletta rum. Das hier ist jetzt, wie viel? 1.500 ist in Sliamma. Was wir gesehen haben, direkt neben Valletta, eine eher modernere Gegend, wo auch modernere Häuser stehen. Weil Valletta hast du wirklich viele Altbauten. Und ja, so sieht es dann aus für 1.500. Passend für eine große Familie oder für eine große WG. Und für denjenigen, der kaufen möchte und vielleicht eine Villa sucht. Also so kann es auch hier aussehen. Drei-Schlafzimmer-Villa im Santa Maria Estate. Also das ist jetzt wirklich die Villengegend hier auf Malta. Mit schönem Meerblick und eigenem Pool, eigenem Whirlpool. Sieht dort auch in der Ecke. Das sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und hier mit eigener Galerie zum Runterschauen auf die Etage drunter. Küche, schön modern, Pool. Ziemlich cool. 1,3 Millionen. Also das auf jeden Fall nach oben. Keine Grenze gesetzt hier auf Malta. Dass der Wohnraum schon klappt. Das habe ich mir sagen lassen, dass sich die Preise auf jeden Fall verdoppelt haben in den letzten 5 Jahren. Nur so als Tipp. Wer hier hinkommt, eine Wohnung sucht, starte am besten irgendwo in einem Airbnb kurzfristig gemietet oder im Hotel. Gehe dann auf Wohnungssuche, guck es dir an. Und speziell über die Wintermonate sind die Vermieter stark bereit zu handeln. Also nicht nur irgendwie 100 Euro, sondern die gehen dann teilweise auch mehrere hundert Euro runter, um eine Wohnung vermietet zu bekommen. Kommen wir zum letzten großen Punkt, der wirklich ein Unterschied ist hier zu Deutschland. Das ist der Punkt Versicherung, Krankenversicherung nämlich. Die ist nämlich sehr günstig. Als ich das Angebot bekommen hatte, dachte ich, okay, ist jetzt nicht wenig. Weil ich dachte, es wäre die monatliche Rate. Wer hier gemeldet ist, ist automatisch gesetzlich versichert. Darüber hinaus will man sich eine private Zusatzversicherung holen. Und die starten bei knapp über 100 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch bessere Pakete. Ich glaube, wir zahlen irgendwie 400 Euro im Jahr, haben eine freie Arztwahl und all so einen Schnickschnack. Also Krankenversicherung ist wirklich sehr, sehr günstig. Ansonsten, denke ich mal, müssen wir jetzt nicht alles angehen. So Internet, Handy ist alles relativ ähnlich zu deutschen Standards. Also wenn du das Video hier, wenn du das Video hier angesehen hast, vielleicht interessierst dich dafür, auf Malta mal Fuß zu fassen. Schreib mal in die Kommentare, ob das in Frage kommt oder ob du dich einfach nur so informieren willst, weil es dich interessiert hat. Und wenn dich Videos, wie diese hier interessieren, klick auf den Abo-Button und auf das Glockensymbol daneben. Wird ein Mitglied der Prime Family. Und das war es hiermit auch für dieses Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Hab eine großartige Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bye.